hat geklappt ich hab nur Ladebildschirm Halt, Halt, Halt Where is Keine Ahnung Also ich hab noch Ladebildschirm Naja, da bist du doch Da bin ich Geht doch So, jetzt haben wir die Qual der Wahl Wir haben rechts noch die Quest Die Jeans Final Task Das ist doch die letzte hier, oder? Hätte ich gesagt, ja Robot Part ist ja über die komplette Karte Verstreit und Zerrfesh, keine Ahnung, wo das ist Ist eigentlich die Hauptstadt, oder? Ich glaub schon, ja Hier auf der Karte Sehe ich jetzt nix mehr Da ist ein schöner Hammer Nein, ich will kein Hammer Ah, warte Ich schick grad nochmal mein Vieh in die Stadt Du meinst mal kurz aussortieren? Können wir tun, ja Hab ich auch grad gemacht Ähm Unique Polearm Hat einer von euch sowas? Nöö Ja, von mir aus kann man rein Das war die Untere, genau Ich geh mal rein Da sind wir Jep Irgendwie gefällt mir das hier nicht Au, ich weiß warum Ähm Ich denke wir sollten hier einfach durch Nicht zu nahe Hand gehen Genau Das ist ein Gegner, diese Titate Ja Ja Das sieht nicht lustig aus Das ist nicht lustig Ich bin das hier vielleicht mit dem Entfernen zu reden Oder Hm Unnie Und darum we hij Hat ne läger metres Also wir sitzen noch und ich mach dann nächste Woche wieder mit Okay Also im Moment läufts auch Problemlos Ja, ja, das lag an mir. Das denke ich mit Sicherheit. Ja, also gut, dann euch viel Spaß noch. Dankeschön. Danke. Ach, da lag noch was am Boden. Wenn wir hier drüber gehen, hauen die uns bestimmt. Ja, bleibt uns viel andere Wahl. Nein. Aua. Oh, oh, und hier geht's gleich richtig zu Sachen. Oh, oh, oh. Ja, Leuchtfeuer. Oh, 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 oh. Da geht's ein Stückchen nach oben. Da sind noch ein paar Gegner. Machen wir es mit den Gegner vielleicht. Bevor wir uns hier in den Rücken fallen. Oh, ich stehe hier hinten im Gift. Your pet's pack is full. Grüße Tentacle. Hat der meine Schlüssel dabei? Ich glaube schon, ne? Ja. dann mach doch mal auf hier geht es weiter da vorne ging es auch weiter ganz ehrlich gesagt ich weiß es nicht aber bei mir geht es nur noch hier weiter dann gehen wir einfach da weiter ist du suchst immer die schönsten stellen nein also ich komme wieder am eingang raus verdammt ey also ich brauche einen kleinen moment zum laufen ja ja hier sind noch genug gegner das kann ich mir vorstellen da war ewig viele tentakel hier da ist noch ein gegner ach da warte noch da ist auch der boss das war jetzt aber nicht so schwer oder ne oh cool das schild gefunden schild verkaufst du das gleiche was ich schon habe komisch da steht die unik drüber und du kriegst das gleiche irgendwas ist da faul made in china ach so ok ein echtes maipi oder adidos ja anders geht es nicht weiter und kriegen wir einen popo verhauen ach komm popo verhauen ist nicht gut oder nein 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 alle bereit alles vollgeladen immerzu ok dann gehen wir doch mal da rein bei mir bist du übrigens nicht da also ich stehe jetzt neben dir ne ich mein las ich ich brauche ja auch immer noch eine weile jetzt bin ich da rein genau ok ok ja jetzt bist du auch da ich lerne aus vielen oh ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut ja 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 was ist das für ein arsch schick dir mal seine schergen vor bloß seine Schergen bringen es nicht Ah Ah, ich weiß nicht, dass wir cool werden Was ist das? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ja A mysterious pistol Gold